Das ist aber mal so ein Sonnenuntergang, der sich lohnt. Jetzt zeig ich euch mal so richtig hässliche Pflanzen, die könnt ihr auch fotografieren und löschen. Die tun aber gut. Und da mach ich einen zweiten Teil, das ist dann so ein Aufgang. Einer, der sich nicht lohnt. Das ist noch... Beifuß. Aus Berlin, hinterm Aldi, vom Lockdog. Und das zeige ich später noch. Ja, das ist alles sehr, sehr schön hier. Mir macht das fast den Eindruck, wie bei dem Traum, den ich hatte, als ich den Albert Hoffmann im Traum getroffen hatte. Das war sehr schön. Und in dem Traum war es aber so, der hielt irgendwo in dem Traum quasi einen Vortrag. Wie jetzt hier ähnlich mit Wolf. Und... Ich hatte dauernd irgendwas zu tun. War dauernd beschäftigt. Und äh... konnte ihn gar nicht genießen. Und das macht mir den Eindruck, das ist mein Dauerproblem. Hoffentlich kann ich jetzt den Wolf genießen. Lass mich auch nicht zu sehr von der Kamera ablenken. Und das ist, wenn ich mal einen Film... Möchte ich mal gerne einen Oskar gewinnen und der heißt wie der Kleine. Hallo Oskar! Tschüss! Warum hier im Traum? Die ganze Zeit irgendwas vergessen hinterherlaufen. Die hat gestern gefilmt. Am Ende noch die Mira. Junge Kamerafrau. Fast so alt wie die Brooklyn. Die ist 10 Brooklyn 13. Das ist die Simone. Die nehme ich jetzt nicht... Ach, darf ich sogar? Hallo! Hallo! Die Simone! Die Simone! Die Simone! Die Simone! Die heißt nämlich Sibylle! Oh Gott, ach Gott! Die Sibylle! Herrschaft! Herrschaft! Sorry, sorry, sorry! Die Simone! Sibylle! Da stehen sie noch. Das ist ja schön. Jetzt bleibe ich vielleicht mal dran. Und vergesse dich ein wenig Kamera. Und nicht vergessen. Das wäre mein zweites Ich. Deswegen heißt es im englischen Locust Tree. Was ist denn da so witzig? Oskar. Achso, Oskar. Erst der große Traktor, dann der kleine. Ja, ja, ja. So ist das. Also. Die Jesuiten, die haben diesen Baum gesehen. Und da die Indianer die Samen essen. Das ist ja eine Art Bohne. Ist ja eine Leguminose. Also so wie Erbsen, Bohnen und so weiter. Das heißt, die Wurzeln haben Knollenbakterien, die den atmosphärischen Stickstoff binden. Und also Stickstoff der Pflanze ermöglichen. Was ist denn das da? Ach, das ist ein Plastik, was ich öfter meine Hand halte. Das ist mein zweites Ich. Und hier draußen haben wir sogar eine Bushaltestelle. Da kommt dann alle Nasen lang, kommt dann da so ein Bus vorbei und wer hält dann da? Ich finde es auch immer so abstrus, weißt du, wie wir so in die Natur geführt werden. Wie wir so in der Naturreisegruppe, Naturreisegruppe. Wir haben es leider als Kinder nicht gelernt, also müssen wir es jetzt lernen. Das sind jetzt so die verschiedenen Farben, die verschiedenen Pflanzen. Das ist das Samplein, ne? Ja. Eine Bärraupe? Ja. Eine Bärraupe, oder? Ja. Oder? Oh, das ist eine schöne große. Das ist eine Kamera. Ja. Ja. So winzig. Das ist meine zweites Ich. Aha. Kann ich mir vorstellen? Ganz anders aus. Wolf, Kamera-Kamera-Wolf. Ja. Zweites Ich, okay. Sieht anders aus. Sieht anders aus. Sieht anders aus, weißt du, ja. Siehst du, ich hab's dir immer gesagt, siehst anders aus. Das, was man hier dreht, ist dann Kinoformat und dann, wenn man dreht, blinkt. Aha. Dann siehst du, das ist das kleine Ding. Und hier oben sind die Ton. Wahnsinn. Ich sag ja, es wird verrückt. Und das ist immer, vor zehn Jahren, 15 Jahren war das praktisch dann in einer Spionage, würde ich mal sagen. Oh ja. Und jetzt wird's bei uns für den Konsum als Müll, das kommt's dann beim Konsum an. Spionage ist weiter, ne? Ja. So viel zum Thema Spionage. Also, ihr Spionisten. Ihr Spionisten und sonstige. Tschüss. Cut. Du brauchst sogar nicht mal was zu verbergen haben und es wird dir nach plötzlich etwas gefunden. Ja, ja. Das ist ja das, das ist das Problem. Nimmst du jetzt dauernd auf hier? Nicht dauernd, immer wieder mal. Oh, hier muss man richtig aufpassen. Das ist hier für Leute eine kleine Ziehflüte. An dem Baum habe ich gerade quasi eine Pflanzmeditation. auch immer. Ein bisschen gepennt und dann ein bisschen Löwenfratze und ein bisschen ein Auge gesehen, was mich angeguckt hat. da vorne ist der Wolf. Das ist das Zeichen für Schlusses mit der Meditation. Und jetzt gelangts. Jetzt können sie ja wieder zurückkommen. Jetzt sind wir wieder da. Raus aus dem Wald. Raus aus der Natur. Aus der Wildnis. Jetzt gelangts. Uns fällt ein kleiner Wart schon bei wo man versteht. Das ist recht wenig Lebenskraft. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob das täuscht, weil jetzt das ja in der Natur geht, die Lebenskraft. Ja schon, aber normalerweise hat ein Baum immer so viel Glatt. Das ist da unten eingreifen. Das ist Jagdfieber. Ja, aber dann wenigstens selber essen. Das wäre immer was. Aber ne. Eine ABM, verstehst du? Boah, ist das haus. Der Andreas. Hallo. Es riecht wunderbar. Schön, ja. Ist da Wein drin? Bitte? Ist da Wein im Essen? Es riecht so nach Wein. Nach Wein? Ja, natürlich. Wein ist überall. Ah, es riecht so lecker. Guck mal, was für ein herrliches Licht. Toll, ganz, ganz toll. Ganz toll, oder? No problem. Ja. Ja, wir sind ja nicht selber sind auf dem Fall. Ja, wir sind ein Fase im Niedensatz. O'er Lei. Ja, genau. Ja, wir sind dann, wir sind in der Zeit. Genau, wir sind in der Zeit, wir sind in der Zeit. Und wir haben uns den Niedensatz Manchen sicher gemacht. Und wir sind in der Zeit, wir sind noch in der Zeit, wir sind immer noch im Niedensatz. Musik Oh, duftet der Sound? Oh, da freue ich mich auf das Essen. Musik Oh, da freue ich mich auf das Essen. Musik Und wie ist das mit dem Schweißtuch? Ihr kennt die Geschichte, als der Heiland durch die Gassen von Jerusalem getreten wurde, schwerer Kreuz tragend. Und da hatte Veronika Mitleid und hat ihm sein Gesicht, hat ein Tuch über sein Gesicht, um Schweiß abzutrocknen. Und er hatte natürlich so eine starke Ausstrahlung, dass sein Anlitz auf das Tuch sich einbrannte, wie auf einer fotografischen Platte. Deswegen wissen wir genau, wie er aussah. Und in Turin ist das Schweißtuch ausgestellt. Aber da gab es einige perfide Wissenschaftler, die haben das Tuch genauer untersucht und das Gewebe stammt aus dem späten 14. Jahrhundert. Und es scheint drauf gemalt worden zu sein. Aber das ist kein Problem. Es gibt in anderen Kirchen, aber die sind nicht so bekannt, gibt es auch Schweißtücher von Veronika. Und da sieht er anders aus. Das ist wirklich eine der allerbesten Leberpflanzen für Lebererkrankungen, so ein Lebertee. Es ist auch ein Lymphaticum. Es ist eine bärenstarke Pflanze, der Arcticum. Es gehörte zu den Bärenpflanzen. Und bei der alten Einteilung der Pflanzen, da waren die Bärenpflanzen, die waren die richtig starken Heiler. Hundspflanzen waren für den Hund, wie die Hundskamille und die Hundrose, nicht so besonders gut. Und Hund ist ja immer, es sind ja immer die, wenn man wütend ist, dann kommt man den Hund. Also nicht jeder Hund erlaubt sich das. Aber ja, für den Hund. Und Wolfspflanzen sind ätzend und giftig. Und die, wie zum Beispiel die Wolfsmilch, die hier auch wuchs, das ist keine Milch, die man gut trinkt. Oder, was gibt es noch, Akonitum, solche Pflanzen sind Wolfspflanzen. Rostpflanzen sind grobe Pflanzen, wie die Rostkastanie oder die Rostplacke. Das ist ja so nett, dass ich hier bei dir im Garten einfach so die Pflanzen rausreißen darf. Das ist eine Rostpflanze, sehr grob. Das ist eine Art, ist nicht direkt der stumpfblättrige Ampfer, aber er ist sehr nahe verwandt. Und als Ampfer ist eigentlich nicht genießbar. Hier, die Wurzel ist genießbar. Die ist ein herrliches Wildgemüse. Also ich habe sie mir auf dem Berg, im Allgäu wuchs die nicht. Ich bin dann gegangen, habe sie an allen Wegrändern ausgesät. Und die ist auch schön geworden. Und jetzt helfen die Hirsche und Rehe und Dachse. Und hier, das verbreiten wir, das klebt daran. Und auch rund ums Haus und so weiter. Warum? Weil irgendwie im Hinterkopf diese Unsicherheit, die wahrscheinlich aus der Hungerzeit in der russischen, sowjetischen Besatzungszone war, dass man was zu essen hat. Und diese Wurzeln sind ein wunderbares Gemüse. Es ist das Lieblingsgemüse in Japan. Und da werden die Kletten, die werden in Boxen gezogen, weil die Wurzel der gezüchteten Art ist ziemlich zerbrechlich und kann bis zu zwei Meter gehen. Und die werden in großen Boxen und dann werden die Seiten ausgeklappt und dann herausgehoben. Das heißt, wie heißen die auf Japanisch, weißt du, Gobi oder so? Nee, nicht Gobi. Der Name ist mir entfallen. Und im britischen Wörterbuch ist Korn, also Getreide. Und im amerikanischen ist Korn Mais. Deswegen Corn Flakes in Maisflocken. Und ja, da hat er dann Mais, die Kelten, wie sie mit Maisrituell umgingen. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Kelto-Bahnen, die machen Maisrituale. Also so geht das. Aber die hohe Inspiration natürlich. Also eine gute Pflanze für Mandelentzündung und eben für Zustände des Schwitzens. Und als Deodorantier kann man es nehmen, kann sich damit auch waschen. Es ist angebracht, keine Deos zu nehmen, denn das ist, was da alles drin ist, darunter auch Aluminium. Und wenn man sich damit wäscht, hier sind ja Lymphzentren, hier und in der Leiste und so weiter. Und wenn man da täglich oder Rollroll macht mit allen möglichen chemischen Verbindungen und Aluminium drin, da hat man nach einigen Jahren hat man dann gesundheitliche Probleme und weiß nicht, wo die herkommen. Das ist, die gehen nämlich hinein und bilden Metaboliten. Das hat ein Arzt, Mounts hieß der, geschrieben in einem Buch, das heißt, die Bombe in der Achselhöhle. Ja, langfristige Gesundheitsschäden. Bei dem Aluminium kann man kaum ausweichen, ne? Das ist auch in den Zivilen. Ja, wenn es stimmt, dass es so etwas wie Chemtrails gibt, dann kann man es gar nicht ausweichen. Aber das ist gut, da findet man dann, da scheinen eine Verbindung, die Scheine, die Synapsen zu besetzen. Und dann fängt man an, Erinnerungslücken zu haben, was man so Alzheimer-Syndrom nennt. Und dann wird das Leben hochinteressant, dann trifft man immer neue Leute. Na, ich bin jetzt noch nie hier. Goldfisch-Syndrom. Er hat es gut hier. Ein Männchen und zwei Weibchen. Zwei Weibchen haben ein Männchen. Das ist aber, ihr habt hier Wühlmäuse oder was? Nein, weil die so jung ist. Aha. Meinst du? Ja, weil die keine große Wurzel hat. Geistwesen, was wir Pflanzen-Devas vielleicht nennen, haben, so die Ansicht der Renaissance, ihren Ursprung in den Fixsternen. Und dann gehen sie die Planetenleiter. Das ist eine späte Entwicklung des Schamanenbarn. Kommen sie herunter, aber sie wirbeln herunter. Denn die Bewegung des Lebens ist ein Wirbeln. Sie wirbeln herunter und verbinden sich mit der Erde und mit den Samen. Und sie wirbeln durch die Planetensphären. Und so die Ansicht der Renaissance. Und wir machen das auch übrigens. Und in der Renaissance wirbeln sie durch die Sphären und werden von den jeweiligen Planetengöttern begabt. Sie kriegen Geschenke. Und im Saturn, da kriegen sie solche Sachen wie blaue Blüten. Denn die Saturn-Sphäre ist die äußerste sichtbare Sphäre. Das ist der blaue Himmel. Und es ist Kiesel. Und das ist eine sehr kieselige Pflanze. Und diese Familie hat oft blaue Blüten, wie der Boric zu der Familie. Und dann gehen sie durch Jupiter. Und Jupiter schenkt Süße und schenkt Zucker, wie beim Ahorn zum Beispiel. Und schenkt schöne Früchte. Das hat sie nicht. Sie saust durch Jupiter. Und Jupiter ist gerade etwas anderem beschäftigt. Und dann geht sie durch zum Mars. Und Mars schenkt unter anderem Schärfe, rote Farbe. Und Mars hat auch kein Interesse in hier. Aber sie ist voll, voll Saturn. Und dann schießt sie durch das Tor der Sonne. Und das sind dann so sonnige Pflanzen wie die Sonnenblumen. Und dann schießt sie durch Venus. Ja, Venus, große, schöne Blüten auch nicht. Und dann schießt sie durch den Merkur. Und der Merkur sagt, halt, halt, halt. Ich gebe dir noch heilende Schleimstoffe. Und ich gebe dir Wachstumskraft. Ich fühle dich, bis in die Wurzeln kriegst du Schleimstoffe. Und die Pflanze sagt, danke. Und dann landet sie, dort geht sie durch den Mond. Und der Mond sagt, ja, ich gebe dir ganz große Blätter. Ich mache dich sehr saftig. Danke, danke. Und dann pumpt in der Erde. Und da fühlt sie sich sauwohl in der Erde. Macht ganz dicke Wurzeln. Zieht die Erdkräfte nur so an sich. Und will gar nicht heraus. Und dann kommen ihre Blätter. Und im Gegensatz zu so etwas hier. Hier bei den Gräsern und Getreiden. Da sieht man die Venen. Es schießt einfach wieder zurück. Oder hier beim Mais. Das ist, schießt zurück. Aber hier die ätherische Kraft. Die webt und wuselt. Und webt und wuselt. Und will gar nicht. Und will nahe der Erde bleiben. Und wird gefüllt mit Erdkräften. Und da hat man dann als, sagen wir mal, ja, hinterlassen dieses Muster. Das ist ein gewebte Muster. Das ist ein Bild der ätherischen Kraft. Und so webt sie die Knochen auch zusammen. Im Altenglischen heißt die Pflanze Bone Knit. Knit heißt, heißt Stricken. Knochenstricker. Und wir nennen es Bein. Beinwell. Bein sind Knochen. Gebeine. Und mit einer wallenden Wirkung bis in die Knochensphäre hinein. Denn sie webt die Knochen wieder zusammen. Und es fängt an so zu eitern und schlimm zu werden und zu stinken. Kommen die Schmeißfliegen, legen ihre Eier, schlüpfen sehr schnell aus. Und fangen an das gangrenöse Gewebe. Und dann die ganzen Übungen. Ja, Atem beobachten. Schäfchen zählen. Nütze. Schäfchen zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schäfchen schießen. Schäfchen schießen. Dann Fötalposition. Nein, andere Seiten. Und endlich kommt man. Und man merkt, man kommt in den Schlaf. Und der Wecker macht. Da ist Baldrian angeseitigt. Also Baldrian ist sehr wichtig. Wurde früher nicht für sowas genommen. Im Mittelalter war es ein Traut, das für die Liebe gedacht war. Liebe gedacht war. Und da heißt es, Mann und Frau sollen es nehmen in Wein und sich der ehelichen Werke ergötzen. Ja, also so kann man das sagen. Und die Goldschmiede, wenn sie ganz feine Arbeiten hatten, haben mit Baldrian Wasser die Augen gewaschen. Also es ist nervenberuhigend. Es ist nicht narkotisierend. Wenn man nicht schlafen muss, dann kann man Baldrian nehmen und kann ein Buch lesen. Man kann sogar mit Baldrian Auto fahren. Was man mit anderen Substanzen wie Alkohol oder Marijuana oder was immer, nicht machen kann. Bei LSD. Da haben wir mal Autostopp gemacht. In den USA war so ein Typ. Ja, ich habe gerade hier einen. I just took an LSD tab. Ja, der wildeste Ritt hier. Es hat dann lange gedauert, dass ich mich da beruhigt habe. Ich hatte sogar Angst zu sagen, ich will aussteigen. Wann kann man die Baldrianwurz am besten nehmen? Eigentlich jederzeit. Das ist genau wie der Beinwelt. Die kann man jederzeit nehmen. Oh ja, das sind dann die Sammelregeln. Normalerweise haben unsere Vorfahren, auch die Römer, haben die Heilkräuter, auch die Wurzeln bei Neumond geholt. Nicht bei Vollmond. Und bei Braunker und Poppe, da wird es falsch gesagt, da wurde sie angesprochen darauf und sagt, ja, bei Neumond kann man ja nicht sehen. Ja, man holt die ja nicht in der Nacht unbedingt. Aber am Morgen meistens. Und da ist die Heilqualität stärker bei Neumond. Und bei Blüten? Bei Braunker und Blüten, ja. Bei Blüten? Ja, Vollmond. Wieso? Weil es mehr die Kraft wieder hinaufzieht. Ja, das könnte sein. Es könnte sein. Es ist aber, das Hinaufziehen und Hinunterziehen ist wieder eine andere Sache als Vollmond und Neumond. Das ist der aufsteigende und absteigende Mond. Und das ist ein ganz anderer Rhythmus. Und der aufsteigende Mond ist, wenn der Mond vom tiefsten Tierkreiszeichen, was heute der Schütze ist, hinaufsteigt zu den Zwillingen. Und das ist ein aufsteigender Mond. Da arbeitet man mit Dingen, die nach oben gehen. Das ist besonders im allemannischen Raum sehr wichtig. Das ist der Mond, wenn er obsigent ist. Und wenn er absteigt, ist er nizigent. Und das ist was anderes als Vollmond und Neumond. Das ist nicht in ganz anderen Rhythmus. Es gibt fünf Mondrhythmen und wenn man alle Mondrhythmen beachten würde, würde man nie die richtige Zeit haben, um zu finden. Und wenn dann nach 18 Jahren alles stimmt mal und dann geht man raus, um zu sammeln. Und dann ist es entweder Winter oder es ist ein Schnee oder es ist ein Regensturm. Also nach allem kann man sich nicht halten. Das offensichtlichste und wahrscheinlich die stärkste Mondenergie ist da von Neumond. Übrigens haben wir heute Neumond. Neumond und zwischen Neumond und Vollmond. Und bei Vollmond sind die Pflanzen wässriger. Und da rät Plinius, der römische Naturhistoriker, der rät, Bauern verkauft eure Gemüse und so weiter bei Vollmond, denn da wiegen sie mehr. Aber für den eigenen Bedarf holt sie bei Neumond, dann halten sie besser. Und auf der Baltriamurzel mehr drauf rumkauen oder auch schlucken? Ja, man kann entweder, im Kaltwasserauszug ist sehr gut, ansonsten kann man einfach drauf rumkauen und das ist gut. Nicht schlucken? Natürlich schlucken. Ach, okay. Naja, es gibt ja manche, die man kaut und dann eigentlich schlucken soll. Ja, die werden geschluckt und es ist sehr wirksam. Und als wir nach Deutschland zurückkamen, ich war, ja, nach fast drei Jahrzehntzen kam ich wieder nach Deutschland zurück. Und ich dachte, ja, ich muss mich hier, ich brauche auch Baldrian. Bin ich zur Apotheke gegangen, die Apotheker hat gesagt, ja, das wirkt überhaupt nicht. Und weil es gibt keinen eindeutigen Wirkstoff. Da sagt Rudolf Fritz Weiß, das ist ein Beweis. Man kann Baldrian auch nicht synthetisieren. Das ist eine Kombination, eine Symphonie von sehr vielen Wirkstoffen. Und man kann es nicht wie bei einigen Pflanzen auf einen Wirkstoff reduzieren. Und ja, da bin ich zur nächsten Apotheke und die sagt, ja, das muss, damit die Valeo Potriate wirken, dann muss es ein Jahr aufbewahrt werden. Und das stimmt auch wieder nicht. Da gab es eine Familie, die lebte im Wald, so ganz Künstler, natürliche Menschen. Und da musste das Kind in die Schule. Das hatte so einen Stress, plötzlich in die Schule. Konnte nicht schlafen, war eine Krise für die ganze Familie. Und die sagten, war ich zufällig da, sagen, gibt es denn da irgendwas, was helfen könnte? Und da sah ich, da wuchs sehr viel Baldrian. Ich sage, probiert mal die Wurzel. Frisch genommen, Tee gemacht. Das Kind hat eine Woche lang Baldrian-Wurzel-Tee getrunken und hat die Krise gut überwunden. Hat die Seele beruhigt. Also das ist eine wunderbare Pflanze. Das ist eine wunderbare Pflanze. Baldrian, das sollte meine Droge sein. Sehr gut wundheilend. Also ich habe andere Wundheiler, die ich nehme, aber die machte wirklich so. Wie ein Roboter. Falsches Programm. Dauert noch anderthalb Stunden. Und dann kam der Arzt. Ich habe gedacht, die ganze Zeit wäre ich in so einem Dämmerzustand gewesen. Dann kam der Arzt mit einem Assistenzarzt aus den Philistinen und sagte, er kam einfach, was höre ich? Sie verweigern! Ich sage, ich verweigere nichts, will nur fragen, ob das notwendig ist. Ja, in Ihrem Alter wären Sie ja gar nicht mehr am Leben. Dank der modernen Medizin leben Sie so lange. Und da habe ich gesagt, das lasse ich mir nichts sagen. Das sind wie die Statistiken aus der Drittwelt, wo man die Säuglingskärtlichkeit und die Erwachsenenkärtigkeit zusammenrechnet. Da hat man 80-Jährige und Einjährige und dann kriegt man 40 Jahre Lebensdauer. Können Sie mir nicht sagen, der philippinische Assistenz hat die Finger zu lächeln. Und dann sagte meine Frau, meine Frau war nicht da, dann sagte ich, aber die hat mir nie Gedanken gegeben. Ja, da gibt es doch, wie man das binden kann, dass die Schulter nicht bewegt. Und er sagt, ich sage Ihnen gar nichts. Und dann musste ich unterschreiben und dann konnte ich gehen. Aber es war schlimm, es tat weh. Und dann habe ich mühsam wieder angezogen und bin aus dem Krankenhaus gegangen. Und dann sind wir durchs Land gefahren. Früher, als es Hippies gab, da gab es überall Marijuana in den Alternativ-Siedlungen und Comfrey. Und ich dachte, Comfrey, also Beinwell wird das Gute sein. Ich habe keine Hippies mehr und da sah ich noch ein Häuslein, verwilderter Garten, überall wuchs Beinwell. Bin ich hin, klopf, klopf, kam einer raus, so langhaariger, Kaninchen-Augen. Hey Mann, komm mal hin, ey, komm mal hin, ey. Ich sage, nee, nee, ich will nicht, ich will nur fragen, ob ich da etwas von dem Beinwell kriegen kann. Ja, ja, nimm das blöde Zeug, ey, ich habe was Gutes zu rauchen, komm mal. Ich sage, nee, danke. Und dann hatten wir meine Frau die ausgegraben und dann hatten wir das und da habe ich das mit frischen Beinwell-Packungen. Es war so, wie es geschrieben wird, als ob die Knochen aufeinander zu, die Splitter aufeinander zuschwingen und heilen. Und dann für die blau-grünen Flecke, da habe ich die Braunelle genommen. Die wächst ja auch auf, ich weiß nicht, ob die hier wächst, auf englischen Rasen, die überlebt englische Rasen. Braunelle, Prunella vulgaris, die ist übrigens auch inzwischen entdeckt worden über die chinesische Medizin als eines der besten Mittel für Virus und für Herpes. Ein ganz tolles Herpesmittel, Herpes-Salben aus Braunelle. Aber sonst für, in früheren Zeiten, Braunelle, für, kennt ihr die? Ja. Ja. In früheren Zeiten Braunelle für, nach der Wirktausschlägerei, wenn man grün und blau ist, da in Baden, das ist sehr gut. Oder für braune Krankheiten und Diphtherie wurde es genommen. Scheint auch zu wirken da. Tolle Heilpflanze. Und die habe ich genommen und dann fand ich etwas am Rande des Grundstücks, so Baldrian und auch ein bisschen Schafgarbe, blühende. Braunelle, Baldrian und Schafgarbe habe ich dann in großen Aufguss machen lassen. Die Frau hat es immer gemacht, aus dem Aufguss und dann einmal zwischen den Wechseln von den Beinwellen dann ein Bad, dass man entspannt und dass es nicht so weh tut. Ich war dann, nach vier Wochen war ich wieder vollkommen fit, hatte keinen Metallstab drin, und habe mir für die Operation damals 2000 Dollar gespart, mit denen wir wieder nach Europa gehen konnten. Und das ist, ich habe eine sehr gute Beziehung zu dieser Pflanze. Und ich fand Verbürgen, die ist eine für Knochenheilen und du hast es auch gesagt, eine der allerbesten Pflanze. Die Wallwurz heißt sie, das heißt die Heilwurz. Weinwell, Wohnnit, Knochenstrickerin. Gut. Wie spät haben wir sie jetzt? Gerade durch. Marina fotografiert die Pflanze und sagt, ja, so schön ist die auch wieder nicht. Du bist gar nicht so schön, Pflanze, aber ich kann dich auch noch fotografieren, tue ich dich dann doch. Der Wolf hat auf dich aufmerksam gemacht, ansonsten, so wäre ich an ihr vorbeigelaufen. Aber jetzt gucke ich dich mal an und, okay, ich meine, ich werde es zu Hause gleich wieder löschen. Sofort weg mit dem Bild, aber jetzt nehme ich es mal. Muss ja sowieso nicht entwickelt werden. Das ist, äh, da macht man halt mal ein paar Bilder und dann kann man die so richtig mit Wut im Computer löschen. So, weg mit dir Bild, weg. Hässliche Pflanzen. Ja, so schlimm war es dann auch wieder nicht. So, und gleich noch eins. Noch eins. Gleich noch ein Bild, was gleich wieder gelöscht wird danach. Ich bin übrigens die, die Bilder macht und danach wieder löscht. Ist bei mir übrigens auch so. Also alles, was ich filme und so, die Leute fragen mich auch mal, für was machst du das? Und ich sag dann immer, ja, zum Löschen. Ja, und dafür braucht man einen ganz großen Computer, viel größeren Computer, da braucht man einen ganz viel Speicherplatz. Gibt ganz viel Geld für aus, um alles zu löschen. Ja, das ist das Shiva-Prinzip. The Shiva-Prinzip. Oh, ich krieg überhaupt Schmerzen. Ja, das ist gut so. Aboriginals sagen, Heil machen ist Froh machen. Ne, Froh machen ist Heil machen. Oder wie auch immer. Oh, ich lasse einfach, echt. Das ist überhaupt das Prinzip vom Seminar. Ich zeige den Leuten hässliche Pflanzen. Zu Geburtstagen und Trauerfeiern schenken sich die schönen Pflanzen. Und jetzt zeige ich euch mal so richtig hässliche Pflanzen. Die könnt ihr auch fotografieren und löschen. Die tun aber gut. Man könnte beinahe sagen, je hässlicher, desto heilsamer sind die Pflanzen. Ich hoffe, ich lache nicht. So sollte eigentlich das Seminar heißen. Ja. Hässliche, hässliche Kräuterwanderung. So, Kat, Kat, Katrenum. Und schon wieder so eine hässliche Pflanze. Und das ist eigentlich hier nichts anderes als eine gezüchtete Form der Wegweite. Und wenn man für die Leber, dann nimmt man diese Stängel und macht da einen Tee. Dieses holzige Zeug. Nein, 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 das hier, das Grüne. Wenn es so grün ist. Das Grüne, nicht wenn es holzig ist. Und das ist ein hervorragender Lebertee, da habe ich auch Erfahrung damit. In England haben die sogar eine ganze Leberpartei. In England? Eine Leberpartei. Eine Leberpartei, ja. Oh, das ist doch Mohn, oder? Ja. Wenn man genau hinhört, dann klatscht der immer. Auch eine Pionierpflanze, die sehr viele Samen macht, sehr rapide, offenes Land geweckt. Man kann die schönen Blätter trocknen und mit in Tees tun, der Farbe gehen. Wenn man ganz genau hinhört, dann macht der immer so klatsch, klatsch, klatsch. Oh, klatsch, 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 klatsch. Hässliche Kräuterwanderung, hässliche Wolken. Ja, es gehört zusammen, ist eines. Was für ein Puscha-Baum. Wie war das mit dem Puscha-Baum? Ja. Ungiftig. Aus Gießen. Der Nullnull Schneider. Nee, ich hatte mal Schulte gemacht. Das hat ihn gekannt. Die Eltern von ihr. Ich weiß auch nicht. Dem kann ich auch nur empfehlen, mal eine Kräuterwanderung mitzumachen. Da lernt man ganz viele tolle Sachen über wie das so ist mit den Pflanzen und der Natur. Da kam ein Wind auf. Das ist nur so Geheimgespräche. Das ist aber mein Sonnenuntergang, der sich lohnt. Der lohnt sich. Bei dem Sonnenuntergang können sie sagen, wenn sie den Aufnehmer auf YouTube setzen, dann kriegen sie pro... Also können sie richtig Geld mit verdienen. Auf YouTube einer dann... Einer... Einer Millionen. Ja, aber ich schreibe... Ich mache bei den Titel ein besonders guter Sonnenuntergang. Besser als die anderen. Einer, der sich lohnt. Einer, der sich lohnt. Und da mache ich einen zweiten Teil, das ist dann so ein Aufgang. Einer, der sich nicht lohnt. Und auch immer schön mit Kamera, damit man auch immer davon distanziert ist und nicht alles mitbegönnt. Abendrot. Wie hieß das nochmal? Abendrot. Schönwetterbrot. Ja, genau. Abendrot, Schönwetterbrot. Genau. Und wie heißt das Morgenrot? Regenrot. Regenrot. Abendrot, Abendrot. Abendrot zum Abendrot. Abendrot zum Abendrot. Heißt du Abendrot zum Abendrot, hast du keine Nöt? Das ist zu viel. Nein, falsch. Nein. Cut. So, jetzt fängt es an zum Regnen und von dem Regen lassen wir uns nicht belästigen. Da ist ganz klar. Jetzt immer hervorragendes Essen. Hier gibt es immer hervorragendes Essen. Ja, das ist 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 immer hervorragendes Essen. Untertitelung des ZDF, 2020